Willkommen heute zu einer neuen Folge Titan und wir joinen auf den Server. Hallo, ja, machen wir, anmelden. So, Freunde. Wir sind drauf und vielleicht kämpfen wir die Folge, wir schauen mal. Okay, ganz schnell, wo bist du? Koordinaten, kannst du auch zu mir kommen? Ja, Moment, ich muss ganz kurz mal gucken, dass wir... Komm, schnell. Fuck, ich weg nicht, auch meine Herzen. Ich fälle mal ein paar Äpfel, äh, Bäume, meine ich. Okay? Kommt mit, fuck, ich bin direkt am Spawn. Ähm, ich muss jetzt... Alter, Pat, du musst zu mir kommen, kannst du zu mir kommen? Ja, ich bin auf dem Weg, Phil, ich muss... Okay, gut. Ja, will ich auch hoffen, ich kann fast nicht mehr sprinten, ne? Ja, ich weiß, ich kümmere dich darum, dass du vielleicht noch ein paar Bäume fällst und dann... Lol, bei mir wackelt es ja alles. Ist das okay? Ein paar Bäume fällen? Ja, weil was anderes kannst du eh nicht machen. Und da vielleicht, wenn du... Hast du Flint? Äh, nein, hab ich nicht. Okay, ich muss jetzt Richtung 0,0 gehen. Oh, da ist ein Ton. Ähm, ja, ich bin X-280, Z-160, kannst du das dir merken? Äh, X-... Was war das nochmal? Oh, jetzt noch Moon, sehr cool. Nice, ähm, und zwar X-290 und Z-160. Okay, es gab noch was... Nein, es ist kaputt gegangen. Okay, äh, X-200, noch was? Ähm, X-190, X-190. Okay, und Z? Minus 160. Okay, ja, das kann ich nicht merken. So, ich schau mal mal, das wäre... Ich schlag dir einfach mit der Hand ab, die bleibt da, okay? Ja, kannst du es machen. Hauptsache, vielleicht bekommst du noch den einen oder anderen Abfall, das wäre ganz nice. Ja. Und ansonsten, vielleicht kämpfen wir die Folge, mal schauen. Ja. Ich hab, ehrlich gesagt, Leute, das hab ich auf Phil gesagt, kein Bock mehr auf die ständige Gefarme, weil... Ich muss sagen, uns macht das natürlich genauso wenig Spaß. Ich hab einen Abfall bekommen noch. Sehr gut. Und es macht das genauso wenig Spaß, Leute, keine Frage, aber... Es ist ein unendlicher Kreislauf mit dem Farm, weil das Essen ist halt einfach ein Problem... Ich hab kein Gold, ne, dabei? Ja, ich mach das dann gleich. Okay. Das mit dem Essen ist halt ein Problem, was halt nicht nur uns betrifft, das haben auch andere Teilnehmer so das Problem. Und, ähm... Ja. Hat so eine Sache, ne? Und... Ja. Nein, der ist aber nicht Dings kaputt gemacht, oder? Na, meine Äpfel. Äh, meine Pilze sind jetzt weg. Also ein paar. Okay, die feiten da schon. Let's go, Pat, du musst zu mir kommen. Ich hab hier noch braune Pilze, soll ich die mal mitnehmen? Ja, nur ruhig mit. Oh, Alter, es leckt hier. Gott. Hoffentlich leckt es noch nicht. Und da ist es nochmal auch da und... Nö. Naja, vielleicht werden wir sterben, ich weiß es nicht. Ja, die haben definitiv viel besseres Equipment, da bin ich... Es wollten ja auch noch andere kommen, ne, eigentlich. Äh, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber, mal ganz im Ernst, ich hab... Ich will auch gesagt, ich hab da keinen Bock mehr drauf. Ne, ich auch nicht, aber die Sache ist halt nur Essen, weißt du, das Essen. Aber, das stimmt, man läuft halt, äh, verliert währenddessen wieder Essen, während man auf Essenssuche ist. Und... Ja, eben. Das ist irgendwie nicht so... Ja, das ist wahre... Ja, keine Ahnung, da dachte ich mir... Ganz im Ernst, wir können das Ganze jetzt zehn Jahre in die Länge ziehen und immer wieder noch fahren. Ja, natürlich. Ja, klar. Und wir können es einfach, na, beenden ist jetzt nicht unbedingt, aber die Chancen, würde ich persönlich sagen, ohne pessimistisch klingen zu wollen, sind nicht gerade sehr gut gegen so ein gut ausgerüstetes Team. Ähm, muss man einfach mal sagen, ich bin da einfach mal objektiv an dieser Stelle. Ja, ähm... Okay, ich komm fast... Ich bin fast da für... Okay. So, zwei Goldapfel hab ich jetzt. Okay, sehr gut, ähm... Wir sind... Ich bin gerade da, wo wir mal vor... Vor, vor, vor... Am Anfang waren. Okay. Ich bin in dem Wald, ne? Ja. Gut. Sehr gut. Dann baue ich noch hier jetzt was ab, äh, falls ich noch was finden bräuchte. Du hast alles im unteren Inventar, so Wassereimer, Lava-Eimer. Ja, ja, ja. Und ich geb dir die Tränke, ne? Ich hab jetzt keinen Lava... Das wird sowieso nix bringen mit den Lava-Eimer, glaub ich. Nee, achso. Oh, das... Nee, das stimmt. Das bringt gar nix, ja. Hast recht. Hm. Ey, Mann, die Hühner sterben direkt, wenn ich die Lava place. Das ist halt so das Problem. Und, ey, ich hab sogar schon wieder fast alle Suppen weg. Das ist doch nicht normal mit dem Essen. Nein, Alter, du musst aber für mich Essen finden auch, ne? Also... Ja, ich bin dabei. Was kann ich denn dafür? Ja, ja, klar, natürlich. Ey, das ist nicht normal mit dem Essen. Ja, das stimmt. Das ist echt... Das boxe ich echt nicht. Wenn man drei, vierte des Projekts... Ja. Sorgen muss, dass man irgendwas zu essen hat, dann fuckt das irgendwie schon ein bisschen ab, aber... Ja, das fuckt mega. Ist halt Hardcore, ne? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ja, am Anfang war ja vielleicht viel essender, aber dass man halt... Das hättest du so lange nicht halten können, das mit dem Essen. Ich hab nochmal einen Goldapfel. Du meinst einen Apfel, ne? Ja, genau, hab mir nochmal einen Goldapfel gemacht. Okay, sehr gut. Nochmal einen Apfel gefunden. Okay, sehr gut. Na, Leute, ich mach mir jetzt ein paar Goldapfel zum Essen. Nein, okay. Hast du noch Gold, ja, ne? Ja, ich hab das Gold, aber... Ich will eigentlich gerne jetzt langsam zum Spawn, also dann können wir da noch... Ja, aber du musst erst zu mir kommen. Du musst erst zu mir kommen. Sonst geht da gar nichts. Weil ich kann nicht auch... Ich kann auch nicht sprinten und so. Ey, ich kann... Wir haben eine gute Chance mit Essen. Ich hab... Ich kann echt nichts machen. Die Hühner sterben halt direkt. Das ist das Problem. Ah, X-290, ne? Ja. Und Z-160. Ich bin immer noch auf dem Weg, aber... Ja, okay. Es dauert Ewigkeiten. Wir sind seit... Ich bin jetzt seit 6 Minuten einfach nur am rumlaufen. Oh, neil. Ich find da jetzt momentan Tiere. Äh... Aber das... Ich kann die Dings. Ich kann die nicht, äh... Wirklich. Ja, ich hab halt wegen dem... Wegen dem Feuerzeug. Also ich hab halt kein Feuerzeug, womit ich die halt anzünden kann oder sowas. Ja, ja. Und Lava-Eimer tötet sie halt direkt. Und das ist der Spawn, oder? Ich bin fast am Spawn, ja. Ja, warte. Dann komm zu mir in den Wald, ne? Ja, warte mal. Die Koordinaten waren minus, ne? 260... Äh, 290. Und minus, ähm... 160. Hier sind wieder voll viele Tiere. Also ein paar zumindest. Ja, das ist gut. So, dann, äh... Platzier mal am besten auch im Ofen. Mach ich. Und wieder Tiere, aber... Ey, die müssen, wir werden dann alle erstmal ganz kurz warten. Ja, ja, mach mal, mach mal. Weil ich kann... Passt, passt, machen wir. Anders leider nicht... Äh, an Essen kommen. Irgendwann ist ein gebartes Essen. Kannst du nochmal denen mal schreiben, oder was soll ich... Ja, schreib den ruhig, schreib den ruhig. Ich muss noch, äh... Ich bin noch da auf dem Weg, deswegen. Ich kann da nichts machen. Ja. Alter. Alter. Schreib den, wir haben... Wir waren... Ich war am anderen Ende der Map und musste jetzt erstmal die ganze Zeit laufen. Ja, genau. Nein, dann allein... Hä? Dann gehen die noch auf die Suche nach... Hey, ist doch egal, ich bin doch jetzt eh am Spawn. Ja, das stimmt. Ja, aber... Außerdem werden die so herkommen schon. Ja, ich bin fast da. So, ich weiß auf jeden Fall, dass Hauptner sogar ein Verbrennungsschwert hat und sogar Gift drauf. Ja, aber Verbrennung macht nix. Ne, nur einer hat Verbrennungsschwert. Nur einer hat, äh, Ding, ähm, Gift. Und das ist Hauptner oder Benni. Okay. Die haben halt das überkrasse, die haben halt das überkrasse, ähm... Warte mal, Z war nochmal minus was? Minus 290, minus 300 einfach. Minus, äh, X war minus 160, ne? Nein. Nein, 300, minus 290, X. Minus 290 und Z was? Z minus 170, 160, so. Okay. Okay. Alter. Ähm, ja, also der hat über das heftige Verbrennungsschwert auch noch mit Verbrennung, äh, äh, Feieraspekt, aber das bringt... Achso, das bringt ja nichts, oder? Ne, für uns nicht. Mann, ich will aber kämpfen, Alter. Komm doch mal näher zu mir. Ja, ich bin, hab hier die Öfen aufgestellt. Kommen sofort am anderen Ende der Map. Ich kann halt nicht sprinten, ich hab nur noch eine Hungersbalken. Hungersbalken? Also, ich kann verhungersbalken, Alter, nur noch eine kleine Hungerskeule. Äh, die Hecken kriegt ihr nicht down. Hab nur noch ein Minus, ach, scheiße. Danach, danach, wir können nochmal ne Folge aufnehmen. Habe noch ne Folge. Äh, keine Folge noch. Boah, toll. Ja, das geht halt echt nicht, weil wir können nicht, also ich kann nicht fighten mit einem Hungersbalken. So, ich bin jetzt fast da, ich bin jetzt fast da. Warum kommst du mir eigentlich nicht entgegen? Ich bin jetzt bei Minus 290 und Minus 200. Ja, soll ich dir entgegenlaufen mit einem Hungersbalken? Okay, mach ich, warte. Dann komm, Minus 290 und... Ja, und Minus 160 bin ich gerade. Dann bist du genau bei mir. Ja? Ja, ich seh dich, ich seh dich da unten, ich komm zu dir. Alter Schwede, Junge, mein Essen halben Hungersbalken. Ich krieg fast schon Schaden jetzt gleich. Ich stell auch nochmal die Öffeln auf, ach ne, die reichen, die reichen. Ah, das ist scheiße, aber wir wollten kämpfen, wir können ja jetzt auch nichts dafür. Ich wollte, ja natürlich wollte ich kämpfen, so langsam wird das ja auch lame, Leute. Hier, du machst den Goldapfel noch. Ja klar, warte. Ich fahre mal so lange die Äpfel weiter. Das wird halt langsam auch lame für uns, Leute, aber... Ja, natürlich, natürlich. Die einzige Sache, was... Wir gehen natürlich garantiert nicht mehr in die Höhle. Die einzige Sache, die uns jetzt noch auffällt, ist halt das Essen. Okay, ähm... Ja, das Essen, ich guck jetzt mal in die Öfen, dann siehst du, wie viel ich hab. Das ist einiges. Okay. Ja, dann genau, bau noch Äpfel ab. Ja, mach ich, mach ich. Ich hab noch ein paar, also wir können noch rein theoretisch ein paar Pfeile machen. Ich hab zehn Federn gefunden. Okay, nice. So, dann hier... Ja, ich kümmere mich nur um die Äpfel hier. Wir haben noch 30 Gold. Okay, Achievement get's. Ich hab keine Hungersbalken mehr. Ja, dann nur noch raus. So. Oh mein Gott. So, jetzt rag ich auch endlich mal wieder voll. Ja, das ist gut. Hast du auch rote Pilze zufällig? Ich hab... Ja, nee, leider nicht. Leider gar nicht. Aber ich geb dir mal die braunen. Hab ich eh nur zwei, aber... Was soll's. Du musst mir am besten noch die Tränke geben. Ja, natürlich. Klar, erinnere mich dran. Mensch, Mensch, Mensch. So. Mein Freund, ich hab mega viel Eins. Hier ist noch ein Abdruck gedroppt. Sehr nice. Warte, was hast du jetzt zu essen? Gerade. Dankeschön. Was hast du gerade zu essen, Phil? Hier, bitte. Ich leg mal das Ganze hier ab, okay. Und dann... Danke. Ich hab nicht viel zu essen. Das hab ich... Mehr habe... Ich hab jetzt selber nur noch vier Fleisch. Und das wird nicht mal für ein Kampf... Das ist so doof, ne? Ja, das stimmt. Wir könnten zwar jetzt rein theoretisch... Ich hab noch mal ein Apfel gedroppt bekommen. Okay, sehr gut. Wir könnten jetzt zwar rein... Wir können uns Knochenmehl machen, ne, eigentlich. Ich hab auch noch Fehler hier. Was wir auch machen könnten, rein theoretisch, wäre halt... Das brauch ich eigentlich eh nicht. Gold hast du gebrannt? Oder hast du noch? Geschmolzen? Ja, ich hab noch Gold. Warte, kannst du mir das einfach zuwerfen, dann mach ich das einfach ganz schnell. Dann haben wir echt noch doch viele Goldäpfel bekommen. Ja. Ist eigentlich ganz okay. So, dann hab ich jetzt vier insgesamt. Ich kann hier aber... Am besten gar nicht spenden, ne? Wie viel hast du noch mal? Jetzt gerade? Ich hab vier Goldäpfel. Du jetzt auch noch. Ach so, dann hab ich ja alles auch. Ja, okay, ist gut. Nice. So. Herr, wollten nicht noch andere auf den Server kommen? Ich weiß es nicht, leider. Egal, dann... Ist auch egal. Vielleicht können wir ja noch eine Folge darauf aufnehmen, dann kämpfen wir. Also, ich will jetzt auf jeden Fall die nächsten Folgen kämpfen, ist egal. Ja, auf jeden Fall. Wenn wir rausführen, dann liegen wir raus. Schade, dass die halt keine zweite Folge haben, ne? Also, wenn man auf jeden Fall nachgeht, schon, klar. Und dann hätte das Essen auch kein Problem gemacht. Ja, ich hab Phil so gesagt, äh, von wegen, ja, okay, wenn wir jetzt rausfliegen, ist halt durchgelaufen, aber das Projekt so jetzt in die Länge zu ziehen, ist ja auch klar. Ja, klar, natürlich. So, warte mal, ich kann ja noch Sachen verzaubern, ne, Phil? Mein, äh, meine Schuhe. Ähm. Und ich kann... Sollen wir nicht das Zeiten noch benutzen? Ja, stimmt, natürlich. Das wäre eigentlich echt unnötig, wenn nicht, ne? Ich geb dir das einfach mal. Ja, genau, mach, gib nochmal schnell, gib schnell. Ja, ja. Warte mal, wir müssen aber Ingits machen, ne? Dann kann ich uns ein... Mhm. Äh, ich mach mal ganz kurz Ingits, oder, Phil? Ja, mach das, aber wie viele ist die Frage. Was, was wollen wir machen? Noch mal ein besserer Schwert, oder? Ich schwert, oder? Ja, okay, komm, let's go. So, dann pack ich nochmal, äh, wie viel Ingits packe ich jetzt rein? Vier, ne? Äh, ja. So, dann... Die mal durchofen, und... Ich hab hier eine Supermache raus. Ach, komm, hier. Hä? Ach, ja, man muss das ja direkt im Crafting-Feld machen, so. Und, ach, ich hab kein Obsidian, oder? Oh, damn. Doch, ich hab zwei, man. Ach, Schärfe 3, ah, nee, das bringt eh nichts. Nein, oder? Doch. Ah, shit. Dann reicht das nur für ein Schwert, ne? Ja. Oder ich mach mir Boots. Na, nee, nee, oder? Soll ich die lassen, die Schuhe? Das machen wir. Eigentlich wär Schärfe noch besser, wenn wir jetzt... Also, wenn ich zum Beispiel Schärfe 3 noch drauf bekommen würde, oder sowas. Würde ich sagen, also, musst du entscheiden, weil wir sind ja zusammen im Team. Ja, natürlich. Ja, dann mach das. Soll ich machen? Okay. Ja, mach das. Dann haben wir gleich einen Schreiter. So, dann rein damit. Und, äh, warte, dann pack ich das mal natürlich direkt wieder in den Rucksack. Wir müssen auch aufpassen, weil wir gleich gekickt werden, ne? Ja. Wir haben noch... Übrigens haben wir auch noch Enderperlen, da sollten wir auch drauf achten, ne? Ähm, warte mal, ob ich noch eine hab. Und du kannst... Hast du ja schon den Fallschirm gemacht? Ich hab mir einen Fallschirm gemacht, ja. Okay, dann schau ich auch mal. Ich hab keinen Enderperlen, doch, ich hab zwei Enderperlen, okay, nice. Okay, sehr gut. Und dann mach ich mir auch mal... Hast du noch Leder? Ich hab noch viel Leder. Echt? Dann kannst du mir drei abgeben, das wär nett. Zwei, ne? Meinst du? Drei. Ach, ja, drei. Genau, die ganze oberleiste hab ich gemacht. Okay, dankeschön. Hast du noch Gold für den Goldapfel, falls ich ihn dann auch noch finde? Soll ich dir mal ein bisschen abgeben? Gib mir einfach alles Gold. Okay, so. Gib mir halt dein Gold, das ist am Überfall. So, hier. Willst du auch noch, oder soll man auch noch was brennen? Das heißt, ich wüsste jetzt nicht was, und da sind zwei rausgekommen. So, jetzt Titan-Schwert, machen wir das nochmal ganz schnell. So, hier. Ein Handling, oder ein, keine Ahnung, wie es raus ist. Und ein anderes, wir haben ja schon gekickt, Mann. So ein Dreck. So, dann schnell das Schwert machen. So, das Titan-Schwert hab ich jetzt. Den Enchanter, schauen wir mal. Äh, den Enchanter will ganz schnell passieren. Ja, achso, mhm. Ähm, Enchanter, Enchanter, Enchanter. Hier, bitte. Hab ich dir hingeworfen. Ja. So, dann schauen wir mal, was wir draufgekommen. Vielleicht haben wir ja Glück. Unbreaking-Sharpniss 2 Instant, Alter. Nice, 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 nice. So, warte mal, wo ist jetzt hier Lapis? Warte. Ophel, Ophel, ganz, ganz schnell jetzt aber. Hier, Ambos hab ich dir zugeworfen. Ambos hab ich dir zugeworfen. Sharpness, okay. Bau schon mal ab, den Enchanter, ne? Ja, mach ich, mach ich. Mach du jetzt. Okay, sehr gut, Ambos. Du hast den. Kombinieren. Dann das hier rein. Ja, Sharpness 3 haben wir. Nice. Und natürlich hilft. Junge, so schnell kann's gehen, ey. Sehr schön. Okay, ich baue mal die Öfen ab, oder? Mach das. Mach ich das in Self-Ambos. Das war jetzt nochmal, das war echt nochmal lucky, muss man einfach sagen. Oh ja, auf jeden Fall. Weil es ist nicht die Regel, dass man da direkt Sharpness 2 drauf bekommt, ne? Ja, auf keinen Fall. Okay, und wir waren jetzt auch passend dazu gekickt. Genau. So. BAM! Ja, Freunde, wir versuchen, einen Kampf zu organisieren. Dann hoffen wir mal, dass es in der nächsten Folge so weit ist. Lass auf jeden Fall ein Like da. Wir konnten das nicht anders machen. Ich kann mich ja nicht einfach zum Spawn teleportieren, das geht leider nicht. Ne, und kein Essen cheaten. Die Sachen, die wir jetzt auch nochmal gemacht haben, waren, denke ich, auch ganz praktisch für den Kampf. So, die Sachen aufteilen und so. Und in diesem Sinne, lasst doch gerne eine Bewertung da, das würde uns beide freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö.